Lebensblüten Erinnern Lächeln Verschenken Magdalena Ich bin ein lebenslustiger, manchmal sehr kopflastiger Mensch. Manchmal bin ich auch einfach nur ich. Das Projekt Lebensblüten unterstützt denn Viele von uns haben schon Menschen verloren und wünschen sich noch einmal von ihnen zu hören und der Gedanke, das zu haben und das als Erinnerung zu haben ist einfach ein wunderschöner und wo ich das erste Mal davon gehört habe war ich einfach Feuer und Flamme und habe gesagt, das muss ein Erfolg werden das muss einfach weitergetragen werden das muss raus zu den Menschen und es muss einfach jeder hören und tun und dabei sein weil das ist einfach wertvoll für alle von uns Lebensblüten Erinnern Lächeln Verschenken